Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute starten wir endlich ein neues Projekt. Denn ich hatte schon angekündigt, dass ich das Stranger Will Mysterium erkunden möchte mit meiner Legacy Challenge. Und hier sind wir. Hier seht ihr schon die süße Rose und ihre Mama, die sie natürlich nicht gehen lassen möchte. Und wir gehen mal hier raus aus diesem Modus. Und ich würde sagen, die beiden hören mal auf zu posen und dürfen sich noch einmal umarmen, bevor die süße Maus dann von zu Hause auszieht. Und sie wird mir so, so fehlen. Also die Mama, die Mama heißt Cherry. Und sie wird mir so fehlen, weil ich liebe sie so, so sehr. Und ich liebe die beiden auch. Und mein Gott, I love you. Ich will gar nicht, dass sie auszieht, aber auch doch, weil sie braucht auf jeden Fall was Neues in ihrem Leben. Die Post darf sie mal eben holen. Weil da, oh, Rechnung bezahlen wir nicht. Aber sie müsste Geschenke bekommen haben, weil sie gestern Geburtstag hatte. Nein, das sind nur Rechnungen. Naja, dann kannst du sie auch bezahlen. Weil ich möchte die nicht in meinem Inventar haben. Das kann sie übrigens weg haben. Da können wir uns dann auch gleich darum kümmern. Sie hat auf jeden Fall einige Sachen noch mitgenommen von zu Hause dann. Und ja, sie wird mit 25.000 Euro ausziehen. Ich zeige euch mal eben, was wir hier so haben. Also hier das Letzte, was ich gemacht habe, ist der Geburtstag. Dann habe ich nur noch gesagt, hier, Video-Generation. Die Screenshots werden jetzt nur noch gepostet, wenn dann der neue Part online gegangen ist. Weil dann kann ich keinem spoilern. Sie hat jetzt gerade eine Beziehung. Das zeige ich euch gleich nochmal in den Dings. Und sie ist fast gestorben vorhin. Aber Mama hat sie gerettet. Das war sehr, sehr weird auf jeden Fall. Und ich hatte auch schon richtig Angst, dass das dann irgendwie doch alles in die Hose geht. Aber ja, ist ja dann doch alles gut gegangen. Weil die Mama hat gut gefläht anscheinend. Und ich meine, sie ist ja auch ein guter Mensch. Warum sollte sie von uns gehen? Und wie ihr hier seht, haben wir eine große Familie. Wir sind gerade hier. Und also hier bei der süßen Maus. Und dann sind wir in der vierten Generation schon. Und das ist unsere Hauptfamily. Der Hauptkreis, um den es sich dreht. Aber die gehörten auch alle noch zu der Familie hinzu. Und wir haben aktuell noch mit ihm hier zu tun. Er ist dein. Der Rest ist halt da als Familie. Aber mit denen haben wir nicht so viel zu tun. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal um. Und die süße Rose kommt rüber. Und sie nimmt 25.000 mit. Und wir haben ein Speed Build zu dem neuen Haus gemacht. Denn ich habe das halt renoviert. Wir ziehen natürlich nach Strangerville. Weil wir möchten ja das Mysterium erkunden. Und wir ziehen in dieses Haus. Und danach sind wir arm. 336. Oh wow. Und hier sind wir. Es ist gerade noch Zeugs dran. Also hier so Dekorationen und so. Und das ist das Haus. Ich finde es ist ganz süß. Und ich finde es passt auch ganz gut zu ihr. Und ja. Ich kann euch ja dann mal nebenbei hier zeigen. Wie es denn aussieht mit ihren Kontakten. Und sie ist halt sehr darauf bedacht mit den Familienmitgliedern viel zu tun zu haben und so. Deswegen hat sie hier natürlich auch immer einen guten Draht zu allen. Gunnar ist ihr Partner, den sie auch noch nicht so lange hat. Sie hat nämlich, nachdem sie fast gestorben ist, hat sie sich dazu aufgerafft und hat gesagt, okay, ich sage jetzt, dass ich etwas für ihn empfinde. Und dann sind die ein Paar geworden. Denn sie weiß natürlich jetzt, wie schnell kann das Leben vorbei sein. Und sie möchte natürlich nicht, dass das so kommt. Und dementsprechend hat sie sich dann, hat sie den Moment genutzt und hat gesagt, ja, wir sind jetzt ein Paar. Ja, und hier, das meiste sind Familienmitglieder. Ein paar Freunde hat sie, zum Beispiel die Marion Feng. Das ist ihre Freundin, mit der sie so am besten klarkam in der Schule und so weiter. Und ja, sonst hat sie halt so ein paar Bekanntschaften außerhalb meiner Familie. Und ich würde euch die süße Maas auch gerne einmal im Greatest Sim zeigen. Sie hat natürlich das Strangerville, bla bla, Aspiration-Ding. Dann ist sie ein Hitzkopf, Kind der Inseln und Gut. Das sind alles gerandomized Traits, weil ich das immer besser finde in einer Legacy-Challenge. Und jetzt schauen wir mal, denn sie hat nämlich zwei Alltags-Outfits. Das hat sie bekommen, als sie jetzt zur Erwachsenen wurde. Sie hat hier ein Tattoo. Und ja, ich finde, sie ist eine sehr, sehr süße Maas und ich liebe sie von ganzem Herzen. Denn, ja, sie ist einfach cool. Und sie hat von den beiden Elternteilen was und das finde ich auch sehr schön. Das ist ihre zweite Alltagskleidung, die ich, also die sie zuerst hatte auch. Und ich finde, die ist auch so cool. Dann haben wir hier ihre Abendkleidung, ihre Sportkleidung, ihre Nachtwäsche, die Partykleidung, ihre Badekleidung, ihr Sommer-Outfit und ihr Winter-Outfit. Und ja, ich finde alle ihre Outfits sehr, sehr cool. Der erste Part besteht natürlich größtenteils daraus zu erklären, was ist sie, wer ist sie und mit wem hat sie Kontakt. Also es geht halt viel darum, zu beschreiben, was ist überhaupt passiert, warum ist sie so, wie sie ist und so war es halt. Deswegen, das wird natürlich in den kommenden Parts nicht so sein. Da werden wir uns natürlich mehr darauf, werden wir mehr darum sich kümmern, wie das halt mit StrangerVille aussieht und so. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Wir werden natürlich nicht nur StrangerVille machen, sondern halt auch das private Gameplay, Anführungszeichen, wie zum Beispiel die Beziehung mit Gunnar und die Freundschaften etc., dass wir uns weiterhin auch darum kümmern. Und das wird natürlich alles hier mit einfließen. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, wenn wir jetzt eh schon hier mit diesem Sim gerade einweilen spielen werden. Ich habe das Ganze ja nicht besonders doll gerenoviert oder so, aber ich habe es halt ein bisschen besser auf sie abgestimmt. Und ja, sie ist schon Level 3 der Kochfähigkeit. Das ist sehr, sehr gut. Sie hat folgende Fähigkeiten schon erlangt. Videospiele hat sie ein bisschen tanzen, singen, ein bisschen schelmen, ein bisschen Raumfahrtechnik, Malerei, Logik, Kochen, Geschicklichkeit ist sie sehr gut, Fitness, Erziehung hat sie ein bisschen, weil sie gerne auf ihre Nichten und Neffen aufgepasst hat und Comedy und Charisma ist sie sehr gut. Sie muss auch noch in eine Karriere einschlagen, das können wir mal nebenbei tun. Ich würde sagen, dass sie erstmal nur einen Teilzeitjob annimmt, denn ich denke, das wird erstmal ausreichen, weil wir werden ja noch ein bisschen einen kleinen Garten anlegen und ich möchte ja mich auch um den Rest hier kümmern. Also um das Strangeable Mysterium. Ich glaube, ich fände Barista tatsächlich schon ziemlich gut, weil es ist fünf Tage die Woche und so und es sind halt immer nur zwei Stunden und den Rest können wir uns halt dann um den Rest kümmern und das ist trotzdem mal eine ganz gute Bezahlung, weil pro Tag würden wir halt trotzdem 120 Simoleons kriegen und das ist erstmal genug, würde ich behaupten. Deswegen nehme ich erstmal das. So, dann können wir das hier verkaufen, damit wir erstmal ein bisschen Geld haben, weil das Zeug brauche ich alles nicht. Und die Samenpakete kann sie auf jeden Fall auch öffnen. Ich habe jetzt ja erstmal nur diese zwei Dinger hingestellt, deswegen müssen wir mal gucken. Ich schaue mal erstmal, was wir nur im Herbst bekommen können und zum Beispiel die Äpfel, also die Apfelbäume können wir ja auch so anpflanzen. Ich denke, ich kaufe noch zwei weitere Kübel. Ich habe auf jeden Fall für zwei weitere noch Platz und ich denke auch das Geld dafür und vor allem halt auch die Samen dafür. Den Rest lasse ich erstmal da drin und jetzt pflanzen wir das erstmal ein. Also ich habe hier schon mal reingeschaut und ich denke, wir müssen erstmal abwarten, bis hier die verfluchten Sims vorbeikommen und ja, also mit dem Willkommenswagon quasi. Ja, also soweit weiß ich. Ich weiß nicht alles. Ich habe es nur einmal angesehen in dem Let's Play und das war es. Und ich weiß eigentlich gar nichts mehr. So ziemlich, deswegen mal schauen, wie das wird. Kommst du noch zu meiner Kostümparty? Ich denke erstmal nicht, weil wir haben erstmal noch anderes zu tun, leider. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich von ihrer Schwester. Und ja, also zumindest erstmal ist es das Richtige, würde ich behaupten. Und ich denke, sie würde jetzt direkt tatsächlich auch mal Gunnar einladen, ihm Hallo sagen, dass er sich mal sein, also ihr neues Haus angucken kann, dass sie hier umgezogen ist und so. Und ja, mal schauen, was er zu dem Haus sagen wird. Ich würde behaupten, wir nehmen mal die Deko ab, weil irgendwie ist das ein bisschen unnötig, weil heute ist gar kein Feiertag. So, und da ist er ja schon. Und warum ist er traurig? Why? Er ist so ein Cutie. Ich will nicht, dass er traurig ist. Wir verschönern mal seinen Tag. Vielleicht hilft ihm das ja schon ein bisschen. Wir könnten ihn natürlich fragen, sich dem Haushalt anzuschließen, aber ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Ha! Ich meine, die sind jetzt quasi ja erst drei Tage oder so in einer Beziehung. Süßi, sie umarmen sich einfach. Dann können wir ihm versuchen, ihn aufzumuntern. Er ist noch Recycling-Fan. Uh! Dann können wir ja auch mal über Strangible reden, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Weil ich meine, er fragt sich bestimmt, warum sie jetzt unbedingt hierhin zählen wollte. Und dann kann sie sagen, ja, schon als Kind hat sie sich gewünscht, diesen Ort einmal kennenzulernen, denn es herrschen natürlich viele Mysterien über diesen Ort. Oh, und jetzt ist Energie geladen. Wie schön! Dann können wir... Nein, wir machen kein Baby. Nein. Ich frage mich, was im Geheimlabor über sich geht. Seit der Explosion vor ein paar Wochen habe ich niemanden mehr hinein- oder hinausgehen sehen. Uh! Er war also auch schon in Strangible. Interessant! Ich würde ihn auf jeden Fall gerne mal knuddeln und ein bisschen liebhaben. Wir können ihn ja einladen, über Nacht zu bleiben. Weil ich meine, das ist unser... Also, das ist ihr Partner so. Weil... Da kann man das schon mal fragen. Ich meine, jetzt, wo die ja auch wirklich dann beisammen hier sein können, vernünftig. Und nicht so wie zu Hause, wo sie auch nur in Einzelbett hatte. Yay, er bleibt! Wieso ist der gelangweilt, frage ich mich. Er legt sich schon schlafen? Naja, okay. Vielleicht war es ein harter Tag für ihn. Man weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall noch einen Joghurt. Und dann denke ich, gehen wir auch schon schlafen. Ich muss noch automatische Lichter einstellen, weil sonst ist die Rechnung wahrscheinlich zu hoch. Wir verdienen ja leider nicht so viel Geld. Irgendwas ist mit dem Tisch passiert? Ist der irgendwie... gone oder so? Hat er den eben eingesteckt? Das ist irgendwie weird. Ich hasse das, wenn das passiert, ne? Ich stelle das Ding jetzt einfach auf den Boden, weil sonst ist das, glaube ich... Also, ich kann mir jetzt keinen neuen Tisch leisten. Ich stelle das jetzt einfach da hin, damit es nicht ganz so dumm aussieht. Oh, ihre erste Schicht beginnt jetzt. Wow. Das ging schnell. Aber ich denke, sie hat auch kein Problem damit, ihren Partner jetzt alleine bei sich zu Hause zu lassen. Also, weil der wird schon nichts anstellen. Was soll denn passieren? Er hat den Tisch gerade eingepackt. Will er mich verarschen? Warum? Ich habe Geld dafür gezahlt. No. Vor allem, wieso die ganze Zeit Tische? Was soll das? Er pflückt gerade meine Pilze. No, mein Geld. Oh, mies. Aber naja, was sollen wir tun? Ist jetzt halt so, sie kocht jetzt auf jeden Fall erstmal eine Familienportion. Es sind zwar vier, aber dann hat sie halt was für die nächsten Tage, damit sie halt was mit ihm zusammen essen kann. Nur mein Akku ist gleich leer. Oh, es tut mir leid. Wenn die Kamera gleich ausgehen sollte, dann, äh, hm, doof, aber ich habe die extra vorher geladen, aber es war anscheinend noch nicht genug. So, dann rufen wir mal zum Essen, weil wir nett sind. Hallo. Entschuldigung. Und dann setze ich bitte an den Tisch, weil sonst ist das komisch. Danke, dass du mit mir zusammen warst. Wir sprechen uns später. Naja, dann ist da halt nichts. Aber kein Problem. Mehr für uns. Oh, hallo. What up in the club, girl? Die Geek-Con. Aber die interessiert mich gerade nicht so. Okay, ich denke, wir gucken mal. Ich glaube, hier irgendwo müssen wir hin, damit wir... Vielleicht können wir von der Bar aus zum... zum... zum Souvenir-Shop da. Weil wir müssen da ja was kaufen für... um weiterzukommen hier. Und deswegen schauen wir einfach mal. Und vielleicht treffen wir da ja auch Leute, mit denen wir über Strangival sprechen können. Oh, sehr schön. Dann... sprechen wir erstmal über Strangival am besten. Und dann Geheiminventar. Okay, da können wir noch nichts machen, aber wir können Kuriosität kaufen. Und da gucken wir mal. Aiden Lake. Wissenschaftler durchsuchen die Strangival-Archäge für der Bibliothek, was sie besuchen. Hm. Okay. Spionagewanze. Bizarre Frucht. Lavalampen. Okay, ganz viele Bücher und so. Spielzeug. Ich würde, glaube ich, eine Lavalampe mitnehmen gerne, weil es cool ist. Und dann nehme ich hier sowas hier mit. Und dann sprechen wir einfach mit ein paar Leuten über Strangival. Und schauen mal, was hier so passiert. Was sie uns so erzählen. Fragen mich, was im Geheimlabor vor sich geht. Okay, die sagt das selber. Die Verschwörungstheoretiker hier glauben, dass das Militär etwas vertuscht. Okay. Und sind hier schon die bizarren Pflanzen aufgefallen, die überall in der Stadt schrießen? Halte am besten Abstand von ihnen. Die örtlichen Wissenschaftler machen noch Tests mit ihnen. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch diese, dieses Tor anschauen. Und ich denke, wenn es hier ganz gut geht, können wir da ja mal vorbeischnallen, oder? Das Labor. Oh, ich glaube, das hier ist gemeint. Wir untersuchen das mal. Es kommen auf jeden Fall Geräusche daraus. Hm. Interessant. Und das ist alles verwüstet. Ah. Ich stelle Nachforschung an. Diese tue ist abgeschlossen. Du brauchst eine Schüsselkarte. Bestimmt kann dir anstatt jemand sagen, wo du eine bekommst. Bevor du gehst, schnüffnimm ein Geheimlabor rum, um weitere Informationen zu sammeln. Oh, es wurde in euer Notizbuch einfach hinzugefügt. Wir müssen Beweise sammeln, Stranger Girl Heimdossiers zusammenstellen und die Tür öffnen. Okay. Dann schauen wir mal. So zählt das auch, wenn ich da so ein Foto davon mache. Jo. Hm. Wo könnte man denn noch nach Beweisen suchen? Hacken, um Beweise zu finden. Uh. Programmierfähigkeit. Vielleicht ist das ja die Idee, dass wir uns darum mal kümmern und dann da weitergucken. Weil ich glaube, mehr finden wir jetzt nicht. Zumindest hier nicht. Dann gehen wir erstmal nach Hause. Und dann mal schauen, was das bringt. Ich meine, je mehr Fähigkeiten sie hat, desto besser auch eigentlich. Deswegen kann sie Programmieren schon mal lernen. Ohne Probleme. Nur das Erste, was sie macht, ist duschen. Und dann kann sie ja vielleicht nachdenklich duschen, denn dann ist es glaube ich besser. Weil inspiriert kann man glaube ich besser programmieren, lernen und Fähigkeiten aufbauen. Dass dieser Tisch jetzt fehlt, nervt mich ein bisschen. Aber was soll's. Uh. Schlüsselkarte anfordern. Nur für Personal in der Militärkarriere Level 5 oder höher. Also kann man es auch darüber kriegen. Aber ich denke, es gibt noch eine andere Möglichkeit, oder? Also denke ich mal. Das hat sie übrigens bislang an, also bislang gefunden. Ich kann die Lala einfach mal hier hinstellen. So, sie hat zumindest schon mal Level 2 erreicht. Oh, und ich denke, am nächsten Tag wird sie dann Level 3 erreichen können schon. Und dann können wir da ja nochmal hin. Aber der Tag heute ist beendet und der Part gleich auch. Deswegen, ja. Ich kann sie dann gleich nochmal essen. Während sie aufräumen, beende ich dann jetzt hier den Part. Das war der erste Part von diesem Neon Let's Play und ich hoffe, es gefällt euch. Mir macht es auf jeden Fall super viel Spaß bisher. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Und ihr müsst mir unbedingt Rückmeldung geben, ob es euch gefällt oder nicht. Und, ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!